Errrr! Toa! Toa! Auf! Komm! Also, jetzt! Willkommen zurück! Bei Kutu-Gericht-U-Date! Was? Oh! Oh! Was? Oh! Da muss man besser aufpassen! So! Oh! Der hat mich jetzt schnell gefunden! Letztes Mal war das riesiges Problem! Und da sieht man den Schweichelpunkt! Oh! Ich weiß ja auch wieder, das kann man vertragen! Auf uns warten! Yay! Gestern! Steal Sword! Boah! Ob sie das jetzt mit den Schום partnerships! Es wird noch kein Problem! Wir sind jetzt mit Schnappchen! Wir haben noch ein Flaschen einbauen. Oh! Es wird noch ein großer Schnappchen- Ne, das ist einfach ein Blaschen- Ich weiß ja auch noch, dass ich im Blaschen- um um die Städte und hier sind Hebe, Hebe, Offen! Jetzt muss ich nur irgendwie da hinkriegen. Jetzt sollte ich nur noch nicht da. Ich mach auch von dir. Bravo! Oh, wie Level 10! Äh, ich mach Papier und Ente. Ich hätte ja eigentlich alles nicht drauf. Ich weiß nicht mehr, ob ich das lang wird. Und hier haben wir zuerst einen Blind Strike. Direkt zuerst. Los, doch nicht. Und da... Ich schenke. Ich schenke. Ich schenke. Oh, ich schenke. Direkt den richtigen Weg gefunden. Ich freu mich gerade. Ich bin heute. Letztes Mal war ich hier richtig schön. Oh, ich seh schon mal. Ich hab die Treppe hier. Ich bin Löwe, ich bin dann hier zu zählen. Den mach ich nicht. So sieht er sich laut. Aufhör wie er rausgekommen. So, ich hab hier.. das wir hier lassen müssen. So, und weiter. Wir sind oben angigkommen. Da da da. Da Da, da! Da Da Da.. Da. Da Da da.. Da Da.. Da Da.. Oh, Alexander. Was ist richtig? Look at that huge sword! Wielding a sword that big would prove to everyone that I am a true hero! I must have it! To the visual sword! But before he touches it, the sword comes to life. Sharp, being of darkness you dare to claim me on guard! So, a opponent! Sharp approach! 1-1! One push, the inner two normals! 1500 leaden! Way higher HP max than the heal! Half in a few minutes! And now we have everything to life! Sharp, this is... Epic, that's how the enemy can get it! Right! Ah, here's an enemy! Here's the enemy! Where did he do that? No, there's a enemy! He's the enemy! He's the enemy, he's the enemy! It's the enemy! He's the enemy! He's the enemy! We're ready for a Izzy! That's why... You get the enemy! And he goes, go! Der hat sich gerade mit einem Schlag geprüftet. Der hat sich gerade mit einem Schlag geprüftet. Eins wird hier noch dabei sein. So sieht er den Sinn aus. Boah, gewonnen! All he is 6-11-Dettel. So ist er dort. Stop, Cthulhu is a good guy. Stop, Cthulhu is a good guy now. Not exactly a good guy, but I will try to be a hero. Nevermind der Rewebe. Is it true? Cthulhu and Oonien Gott. Also, yeah. Then I owe Unicollut. Allow me to offer you no service. Cthulhu reached for the Drain Sword. Not as a weapon, as an ally. What? Didn't I speak Delighter? The Master Swordsman, I mean Sword Sword, Sharp, who's drawing their part. Yay, Miss Landers! Here is more power. Let's celebrate by parking at the Café back in town. Next level. No need to backtrack through the ladder. Just open up the main menu and select Teleport to go back to any town or city that you have already visited. BAM 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 Yay, oh, and, um... Oh, there he is behind us. A sword. Tänze and behind. I need to go back to the house. That must be sold, uh... It must be sold. So. We go to the Café. No. I'm sorry, Sharp. The Café has a strict ban against... It's a tight salt policy. Aber... Au revoir... He he he... Now I have to... You all... ...humsau... So, tell me all about your friends... What kinds of food you like? We have a new hobby... Am I your time? Do you like candles? What do you do under the sea in my way? Do you have a fence, Grace? Breast the Black Sea... The Kutuna demands a big, folly, Michael... Bill... Oh, muss ich sagen? PAY ATTENTION, Glenn, I'm speaking to you! Just then a man burst into the door. The city of Bahrain has been overrun by undead monsters. Are there any dudes bad enough, Bahrain, to rescue the city? Oh, this is just the strength I've been waiting for. Should I save an entire city, will qualify me as a hero? Where the hell do you get, Bahrain? The bridge between Meskutonia and Damage has been wrong for a while. Oh, I fixed it on my way here. Ah, no, I fixed it. Do you damage this head now? Please, noble split face man. Save our city. Consider it safe. Let's move out. Und jetzt mal, ich weiß nicht, ob das sieht episch aus. Oh Gott, blaue Feder. Ich zeig erstmal mein Nightfall. Und hier, Multiswack und Redflow. Ähm, wenn man sich mal seine... Zeig... Man sieht auch, guckt, guckt euch mal das Leben an. Ja! Exakt... 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 Ein Zehntel von Lemos er vorher hatte. Er hatte vorher 1.400. Jetzt hat er noch 155. Ahhhh... So... Gehen dann. So, und so sehen die nicht aus. Das ist... Das ist wie auf dem Spieltag. Oh, da bin ich los. Schabes noch Level 11. Oh, jetzt sind wir 160. Oh, jetzt ist die Verschmung. 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 Once wieder ne. 10 jeckt. Oh, ja, so. In executor. Achcel. So completely tensuzz. Vredge Schab. Schab Deus lah okay. Laschet Schab assessor sind mit Schab. Oh, wie süß! Hier sind die Brücke, hier sind die Zombie-Dork! Cthulhu-Me and Shepa arrived at the City of Damage, at this Carole that is indeed infested with undead monsters as far as the Arches. Let's kick some Zombie-Bot! We can do this! Let's give these unholy monstrosities! They're just deserts! Let's go! The Zombie is a noble creature, free of sanity, enjoying every whim that comes to it. Although we may have to kill some Zombies to free this time, I will not optimize killing any more than is needed. Do you hear me? Oh, okay. I'm sure I'm nursing even if you want to see perhaps I have to misjudge you. It's just like insane. Is that a problem? Of course not, on March, to search the city and the sun. So, and here we have a little bit of light. So, we have to go through the computer houses and everything. And here we go. Oh, there we go. Adventurers come to save us. Praise the heavens! You will want to make your way to the eastern part of the city? That's why the creatures that started these old messes. The creatures that started these old messes? Did you get a good look at it? It was an ugly monstrosity, very chaotic and chronic about us. But, I don't know... I have no idea. I can't even know it. I can't even know it. Can't even know it. This should be a fun fight. Again, I can't even know it. Yeah, this is a game. The following was kept. The drawers filled with unmentionables, although I guess since I've mentioned that there are no mentionables. We have found several brushes for houses in the other towns. Guess the owners here would rather live some place where they aren't faced with complete annihilation by the zombie horde. Ok im house. And the other one in the park. I think I'm going to be so far. Ok. I'm just going to... Where did you get that from? I'm going to get that from the park. I'm going to get that from the park. I'm going to get that from the park. And we'll see you next time, if it's again called Cthulhu. Rettet the world. Or Terraria. Or so was. Or was auch immer. Bis dahin. Oh the fuck. Hey Aphmau! There we go! ��